So, wir fangen wie folgt an. Und zwar sollt ihr einfach durch die Halle gehen. Gehen wir mal bitte den Ball. Ja, durch die Halle gehen, laufen, hochwerfen, fangen. Immer gehen, stehen, fangen. Ja, so wie wir die Technik wollen. So, es geht los. Auf und hopp. Gehen, gehen und oben wirklich reingucken. Finger auseinander. Weiter geht's. Weiter geht's. Jawohl, ruhig ein bisschen höher werfen. Unter den Ball geht. Nicht hochspielen, Mathis. Jetzt fangen, fangen und die Ellenbogen runter. Mathis, genau. Ellenbogen runter, Daumen zur Nase. Auf geht's. Und die Nebenleute sehen. Sehr gut. Oben, kontrolliert euch. Magnus, der ist zu flach, deine Hände. Genau. Okay, jetzt mit dem Laufen. Locker laufen, Ball wegwerfen, Unterball stehen, fangen. Los, auf geht's. Hopp. Kontrolliert euch. Nicht den Kopf in den Nacken, gerade bleiben. Ja, nicht zu sehr in den Nacken. Avi, der ist zu flach. Avi, der ist da zu flach. Oberhalb der Stirn. Ja, genau. Ihr müsst unten durchgucken können. So, jetzt wie folgt. Dürft auch die andere Hälfte gleich mitbenutzen. Und zwar hat jeder seinen Ball, ja. Ihr prellt ihn weg. Weg prellen, unter den Ball fangen. Ja, los geht's. Auf. Hochprellen. Und nochmal. Auf geht's. Unter den Ball. Jawohl. Sehr gut. Und weiter. Und nochmal. Auf. Unter den Ball. Jawohl. Aber bei... Oh. Beide Füße. Beide Füße belassen. Jawohl. Auf. Unter den Ball. Sicherer Stand. Jawohl. Hände auseinander. Sehr gut. Kommt hier auch rüber. Hier wieder rüber. Finn nicht in der Bewegung. Stehen. Sicher stehen. Jawohl. 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 Sehr gut. Und unter den Ball. Klasse. So. Und dann der am Netz hat zwei Bälle. Am Netz. Wir stehen senkrecht zum Netz. So. Und dann geht's wie folgt. Ich mach das mal vor. Und zwar. Du kriegst immer einen Ball. Es fliegt immer einen Ball. Du bist immer unter dem Ball. Sicherer Stand. Saubere Technik. Zu mir. Es geht los. Auf. Hopp. Und komm. Und auf geht's. Hopp. Und weiter geht's. Hopp. Jawohl. Und weiter. Auf. Hopp. Jawohl. Und hopp. Auf. Super. Aber sicher steht. Es geht los. Auf. Und baut sie auf. Macht den Mund auf hin. Auf geht's. Nicht zu schwer. Nicht zu schwer. Nicht zu schwer. Sehr schön. Weiter geht's. Nicht zu sehr. Nicht zu schwierig. Nicht zu schwierig. Nicht zu schwierig. Weiter geht's. So. Wir wechseln nochmal. Ihr braucht nur einen Ball jetzt. Der Grundspieler steht auf der Grundlinie. So. Und dann ganz einfach. Entweder Name zurufen oder Kommando mit Ball vorlaufen. Bis auf die Angriffslinie. Und dann kriegst du einen Ball geworfen. Laufen. Stehen. Spielen. Ich. Ja. Los. Auf. Ich. Jawohl. Sehr schön. Super. Und zurück. Auf geht's. Und wieder. Und hopp. Ich. Sehr schön. Toll. Sehr gut, Mika. So. Los geht's. Zehnmal jeder. Dann wechseln. Auf. Netzspieler. Rückmeldung geben. Auf. Sehr schön. Rückmeldung geben. Finn. Los. Er muss Rückmeldung kriegen. sehr schön. Rückmeldung geben. Nicht zu flach, Magnus. Komm. Du hast da einen Job, Magnus. Auf. Julian, schneller ran. Komm, schneller ran. Nicht traben. Ich. Jawohl. Weiter geht's. Und weiter geht's. Hopp. Sehr schön, Mika. Tolle Technik. Sehr gut. So. Die Grundspieler liegen auf dem Bauch. Ja. Auf dem Bauch. So. Wieder auf Kommando. Schlag auf den Ball. Hoch. Und dann kriegst du den langen Ball. Oberes Zuspiel. Nachdem du natürlich kundengetan hast, dass du den nimmst. Laut und deutlich. Danach ein kurzer Ball auf der Grundlinie. Fertig. Hopp. Jawohl. Und der kurze. Hopp. Unter dem Ball. Genau. Sauber. Mika, genau so möchte ich's. Super. Ja. Es geht los. Auf. Jeder sechsmal. Und dann wechseln. Langer Ball. Julian, ich höre nichts. Sehr schön. Matt ist laut und deutlich. Los. Immer wieder. Sehr schön. Super. Los, Jungs. Komm. Ja, nicht überspielen, Henrik. Los. Gefühl. Komm, komm, komm. Nicht. Sehr schön. Und weiter geht's. Jeder sechsmal zwei. Auf. Ja, los, Jungs. Ihr habt einen Job. Auf geht's. So optimal wie möglich lösen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Untertitelung.